Da haben sie aber Glück gehabt. Das ist unser Hauptgewinn. Wow! Hey, na los, gehen wir! Rilakkuma! Das geht nicht drüber! Weiter so! Das kann doch nicht sein. Mann, was ist? Hey, warum suchen wir nicht zusammen? Rilakkuma, schneller! Wie schön, dass Rilakkuma so entspannt ist. Er ist einfach nur total langsam. Ich hatte so viel zu tun in letzter Zeit. Dadurch sind mir viele Fehler passiert. Hayate müsste doch eigentlich schon längst angekommen sein. Ach, ich hätte meine Uniform wohl besser ausziehen sollen. Rilakkuma hat ganz offensichtlich einen Riesenhunger. Rilakkuma, gib das! 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 Schönen guten Abend! Wie toll, euch zu sehen! Rilakkuma, gib das! Untertitelung des ZDF, 2020